Es ist zu warm oder was? Na gut, egal. Ist das... Gute Nacht, Aiden. Ist das ein Traum? Ja. Das sieht aus wie so ein Galgenbauch. Ist es jetzt Tag? Da liegt die Großmutter. Und schlummert friedlich. Oh, ich habe mir selber aufgeschlossen. Das ist schon mal gut. Bart. Hallo, hallo, hallo. Sekunde mal. Ich schau mal weiter. Wer liegt hier? Er sitzt im Bett. Ich kann nicht weiter. Okay, dann gehe ich mal raus. Da war die Oma, ne? Ne, der ist der Typ, wo ich klopfen kann. Wo ging es denn hier raus? Ist gar keiner? Wo ging es denn raus? Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Wo war denn der fucking Ausgang? Hier nicht. Hier liegt die Oma. Wo ging es denn hier hin? Wo ging es denn hier hin? Wo ging es denn hier hin? Hey, warte mal. Hier. Oh, habe ich nicht gesehen. Okay, wir gehen zurück. Kann ich hier mal rausgucken. Ich kann hier nicht rausgucken. What the fuck? Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer. Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Habe ich gerade einen Geist gesehen? Was zum Geier. Aber ich meine, der war jetzt nicht unbedingt... War der Geist böse? Der hat jetzt nicht den bösen Eindruck gemacht. Sonst wäre er ruhig direkt in uns reingefahren. Oder der hat jetzt keine Anstrengung gemacht, reinzukommen. Und wenn das ein Geist ist, warum sollte den Holz aufhalten? Ist das heiliges Holz oder was? Oder das Haus ist gesegnet? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Ich kann aber auch nicht hier raus. Also scheinbar... Ist dieses Haus in einem Bann oder irgendwas? Weil Aiden kann nicht die Außenwände durchdringen. Das Haus scheint irgendwie... ...gesegnet oder mit einem Bann belegt oder was auch immer, wie man das nennt. Ich bin da kein Experte. Wo muss ich lang? Irgendwie nur irgendwo umgucken. Oh, warte mal. Oh, warte mal. War der mal Baseball-Schläger? Äh... War der mal Baseball-Schläger? War er ein Baseball-Schläger oder was? Aus Holz geschnitzteren Pinocchio? Nein, ich wollte natürlich Baseball-Spieler sagen. Wieso war die Tür denn hier auf? Die anderen kann ich nicht rein. Sind das hier Traumfänger? Warte mal, Krähenfüße. Ja, die haben scheinbar hier wirklich irgendwas. Krähenfüße? Ich denke mal, die haben hier irgendein Ritual abgehalten, dass hier dieses Haus safe ist. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Ich... Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ja. Ähm. Wie mache ich das? Nehm ich mir hier einen Nehme? Ja, noch ein Schlückchen. Kann ich nicht mit dem reden? Kann ich nicht sagen, danke für die Blumen und so? Oder gehe ich jetzt einfach? Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's ne Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber... Letzten Dach überm Kopf. Und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja, ich meine, wir haben ja nix vor, ne? Hier findet uns keiner. Ja, wieso nicht? Wir sind ja nur verflucht. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Aber sieh schau, sieh schau. Oh, jetzt machen wir hier noch hin. Ja, na, was ist das denn? Schaf geschlachtet? Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Hat der dafür keinen Schlacht... ...tisch oder was? Da haut der das... Oder ist das... ...in der Nacht umgekommen? Hi. Mein Name ist Jodie und... ...ich werde eine Weile hierbleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Kann ich die mit dem Aiden irgendwie... ...zum sprechen bringen? Hier war doch irgendwo ein Hund, ey. Der kriegt uns auch nicht mit, komisch. So, jetzt dürfen wir wieder hier... ...bisschen weiße. Wo waren die Schafe? Was macht er denn hier mit dem Schaf? Hey! Die werden hier verbrannt. Okay, die Schafe... ...wurden nicht geschlachtet. Alter, was ist mit den Schafen passiert? Das sieht nicht so gut aus. So, du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine... Es ist gut, wenn jemand hilft. Ähm. Hallo? 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 Da rein. Ist das falsch? Muss ich das woanders reinmachen? Verdammt! Hör mal! Den Wassereimer! Da rein! Also... Da fragst du dich, was musst du hier machen? Ich drück die ganze Zeit das Gleiche. Musst du etwas Heu vom Heuboden? Klar! Kann ich mit dem reden? Nee. Kann ich mir die... Kann ich mir die Schafe mal anschauen? Ja, nur noch empty. Dumme, dumme, dumme! Dumme, dumme. Dumme, dumme. at Hä, wieso geht das nicht? Ziemlich verarschen. Ach so. Okay. Au. Nee, die Schatten? Ja, warte doch mal. Okay, ich hol das Heu. Er holt noch mehr Wasser. Ich denke mal, hier finde ich Heu. Kann ich da... Ja, ist doch nur ein Ballen. Aber ich hol Wasser, ich hol Heu und schon sind die am Futter oder was? Das geht aber schnell. Jetzt schon Lunch? Also, ich habe zum Wasserholen bis zum Mittag gebraucht? Ich frage erst, wo kommt das hin? Irgendwo. Ja. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay. Na dann. Okay. Setz dich doch. Danke. Hm. Äh. Shima, wat? Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Okay. Sind noch andere Navajo Ranchers in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Mhm. Die anderen hatten Angst vor. Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Die hatten Angst vor. Jeder wohnt gerne hier draußen. Dem, was da nachts kam. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Das, ja. So sehen also erstickte Schafe aus. Ich meine, da lagen die Kadaver. Die Innereien waren... Die waren komplett herausgerissen. Hier gibt's Coyoten. Coyoten sind grausam. Mhm. Stellst du immer so viele Fragen? Ja. Nur bin... Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst? Was du hier draußen willst? Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte einen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Der ist ja freundlich, Mann. Freundlicht mich. Ich muss arbeiten. Was haben wir dem getan? Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst drehbar durch. Wir sehen uns. Ja, toll. Was ist mit der Erscheinung? Da wollte ich noch früher gefragt haben. Mann. Mann. Kann ich mit ihm noch mal sprechen, hier? Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein. Aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Können die mit dem reden? Oh, nee. Die sind ja alle gesprächig, hör mal. Ein Wasserfall ist ein Scheiß dagegen, ne? Äh. Was macht er da? Kung-Fu? Kung-Fu fährt? Mal sehen, was Jay macht. Oh, Schocki. Oh. Na, der hat's ja nicht grad drauf. Blöder Spurkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Ach, dann. Was, Arsch-Ki? Arsch-Ski, oder was? Der will nur, dass wir uns verletzen. Kennst du dich aus? Nö, oder geh rein. Hey, Arsch-Ki. Hab keine Angst, ich komm jetzt drüber zu dir, okay? Arsch-Ki. Arsch-Ki. Ruhig. Ruhig, mein Guter. Kannst du übernehmen? Nö. Ne, hier, komm jetzt mal. Kann ich dir da nichts machen? Hallo? Hallo? Bist du nett? Ich soll ihn jetzt reiten? Okay, ich soll das Felt übernehmen. Bring ihn auf die Koppel. Auf die Koppel? Wie soll ich ihn denn auf die Koppel bringen? Hä? Wo ist die? Wie komm ich da hin? Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Hat die nicht gesagt, auf die Koppel? Äh, ist das die Koppel? Ich dachte, das wäre der Stall. Hab ich da irgendwas? Ich bin kein Pferde-Experte. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Mhm. Wir stellen uns unters Regenfass. Auch nicht schlecht. Richtig schöne Natur hier. So mit Klamotten und so, ja? Ja. Hm, ist das warm oder cold? Oh nein. Ich höre schon wieder irgendwas. Alter. Guten Tag. Was? Kru-kun? K-hat? Krawn? War das ein O? Krawn?